Es ist wohl ein Teil der menschlichen Natur, dass man die eigene Gruppe für etwas Besseres hält. Nicht mehr so ganz, besonders weiße Linke bekämpfen bei anderen Weißen diese Grundhaltung, da sie ja besser sind als alle anderen, aber im Großen und Ganzen die eigene Gruppe ist besser. Was in diesem Zusammenhang die eigene Gruppe darstellt, ist da nicht so wichtig. Früher, ganz besonders, aber auch heute noch, übernimmt diese Rolle oft die Religion. Im Hinduismus ist die Aufteilung der Menschen in verschiedene Kasten geradezu wesenskern der Religion. Der Begriff Paria, der für die niedrigste Kaste, die Kaste der Unreinen steht, kommt direkt von da. In der Religion, die nicht kritisiert werden darf, zählen nur die eigenen Leute als Menschen. Alle anderen sind entweder Untermenschen oder gar keine Menschen. Eine andere Religion, die nicht kritisiert werden darf, betrachtet sich als außerwähltes Volk. Ein Muster, wie mir scheint. Menschen, die es mit der eigenen Nation oder Volk haben, sind sehr rasch Rassisten, wenn sie da zu weit gehen. Und die Tatsache, dass Kommunisten mal eben 100 Millionen Menschen abgeschlachtet haben, die bei ihrem Utopia nicht mitmachen wollten, zeigt, dass Linke sich ebenfalls für etwas Besseres halten. Denn man bringt keine anderen Menschen wegen ihrer widerstrebenden Meinung um, außer man hält sich für etwas Besseres, den anderen für einen Untermenschen. Womit wir bei den Geimpften wären. Wir sollten uns da nicht täuschen. Es muss nicht die Religion oder die eigene Rasse sein, aus der man das eingebildete Gefühl der Überlegenheit schöpfen kann. Der Staat, das heißt die Politik, betreibt gerade ganz großes Framing und Hetze gegen Ungeimpfte. Im Wesentlichen mit der Behauptung, sich nicht impfen zu lassen, sei unsolidarisch. Darauf gehe ich inhaltlich im nächsten Video ein. Hier geht es nur darum aufzuzeigen, dass mit dem SARS-CoV-Virus wieder diese Herrenmenschen gegen Untermenschen-Schiene aufgelegt wurde und viele Menschen dieser Versuchung nicht widerstehen können. Gunnar Heinsohn hat bereits wunderbar aufgezeigt, wie Krieg und Massenmord entsteht. Im Wesentlichen dort, wo die Geburtenrate zu hoch ist. Dort werden unweigerlich Gruppen entstehen, die sich für etwas Besseres halten. Diese Gruppen suchen sich dann andere, kleinere Gruppen aus, die dann an allen Problemen schuld sind und bringen sie dann um. Und wiederholen das dann so lange, bis die überzähligen Menschen alle tot sind und die Überlebenden ein Auskommen und eine Zukunft haben. In Österreich ist die Geburtenrate niedrig. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass die Ungeimpften alle umgebracht werden. Wäre es gerade 1921 statt 2021, sähe die Sache ganz anders aus. Was sich die neuen Herrenmenschen stattdessen überlegen, kann man nicht wissen. Aber es ist völlig klar, es wird nicht erfreulich für die Ungeimpften. Und natürlich gilt die alte Weisheit, Teile und Herrsche. Der Staat, die Politik wird da also tunlichst nichts dagegen unternehmen. Diesen Leuten kommt die Spaltung der Gesellschaft gerade recht. Von der Exekutive kann man sich ohnehin nichts erwarten. Ob es darum geht, Strafzettel zu verteilen oder Leute zum Folterverheer abzuholen, die befolgen nur Befehle. Rein theoretisch wäre es nun die Aufgabe der Justiz, hier korrigierend einzugreifen. Wer mag Wetten abschließen, was die Huren der Fürsten machen? Außer ein paar Symbolurteilen nach Monaten oder Jahren, viel zu spät also, und so gestaltet, dass sie den Menschen nichts nützen und die Rechte der Menschen in keiner Weise geschützt werden, wird da nichts kommen. Das ist meine Wette. Der Staat wird also ganz genau gar nichts gegen diese Herrenmenschenattitüde der Geimpften, Klammer auf, ja ja schon klar, nicht alle, unternehmen. Noch gibt es allerdings viele Ungeimpfte und die unmittelbar Angehörigen halten sich zurück. Aber man sieht bereits geimpfte Menschen, die vollständig von ebenfalls Geimpften umgeben sind und wie da der Hochmut und das Selbstverständnis, etwas Besseres zu sein, klar gezeigt wird. Und wie immer, wenn man sich selbst für einen Herrenmenschen hält, ist es wichtig, ja geradezu geboten, den Untermenschen ihren Untermenschenstatus aufzuzeigen. Der erste Schritt, und es wird nicht bei diesem bleiben, ist da 1G. Danke für deine Zeit. Der erste Schritt, und es wird nicht bei diesem bleiben, und es wird nicht bei diesem bleiben,